Hey, hey, hey Leute, stellt euch an für die großen drei. Umarmung, Handschlag oder High Five? Eure Wahl. Loris, Umarmung? Sehr gern. Stewie, Umarmung? Zwei hintereinander. Bist du Nummer drei, Chris? Oh, nein, High Five, das ist okay. High Five ist auch toll. Meg, wieder Umarmung. Gut, Umarmungen liegen heute vorn. Und zum Schluss noch ein Handschlag. Und jetzt kann ich die große Familienradtour ankündigen.